Was ist der Kondition des Zweiteiligen Konjunktions? Hallo und Hallo! Ich werde Ihnen ein paar Zweiteilige Konjunktionen von zwar und aber zu sprechen. Ich will den Artikel des Scharach, dass dieser Scharach nicht in einem Kitab ist. Aber ich zeige euch diese Sprache, um zu denken, dass es eine neue Art ist. Und ich denke, dass diese Sprache gut ist. Also, was ist der Sprache? In dieser Sprache, okay? In der Endeffekt, in der Sprache gibt es nur eine Sprache. Und die Sprache... Ich habe zwar keine Zeit, ich habe zwar keine Zeit, aber ich helfe dir. Ich habe zwar keine Zeit, aber ich helfe dir. Ich habe zwar keine Zeit, aber ich helfe dir. Das ist der Sprache, weil die zwei Wäzige sind in dieser Sprache. Ansehbar. Nun wird die Sprache kommen, aber. Aber Ich habe zwar keine Kinder, aber dafür drei Katzen. Ich habe zwar keine Katzen, aber ich habe zwar keine Kinder, aber sowas von großes und großen, weil sie einfach nicht richtig nennen. Wie es sagt? Er ist zwar groß, aber er ist feiger. Er ist auch süß, wo es datasetern will. Na ja trotzdem. Ich helfe dir wie vor meinemtype disappeared. Und jetzt haben wir drei Katzen. Wir haben die erste Katze, die wir haben. Wir haben die erste Katze, die wir haben. Und wir haben die Katze, die wir haben. Sie war zwar in England, kann aber kein Englisch. In der Sache ist es kein Geld, aber auch hier ist es kein Geld. Kann aber kein Englisch. Wir sind zwar Brüder, aber wir reden nicht miteinander. Wir sind zwar reich, aber leider sehr geizig. Ich bin zwar dick, aber trotzdem sehr sportlich. Das Auto ist zwar teuer, aber nicht wirklich gut. Das Auto ist zwar meine Mutter, aber sie kümmert sich nur um sich selbst. Das ist richtig, dass sie eine Mutter ist. Aber sie arbeitet nur in einer Situation. Sie arbeitet nicht mit mir. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Er hat zwar keine Jahre. Aber sonst. Er ist nicht ein Scharr, aber es ist ein Scharr. Aber es sieht so aus. Es sieht super aus. Er sieht so aus. Es sieht so aus. Es sieht super aus. Ich bin super gut. Ja, wie gesagt. Es sieht so aus. Und es ist sehr gut. Hier ist der Darts an zwei. Aber es ist ein zweiteilige Konnektion. Ich bin sehr gut. Bei B2. Wenn man das nicht spricht oder wenn man es spricht, dann kann man das jetzt eigentlich sein. Dann kann man das andere Konnektoren geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.